hi freunde und willkommen zu meinem ersten video hier auf meinem kanal und diesmal zu call of duty black ops 4 blackout modus also battle royale modus steht in kürze ins haus morgen geht schon los und der trailer seit einigen tagen raus wir schauen uns sehen mal an richtig geil alter wie das aussieht alter und das war schon von brücken jumpen kann direkt ins wasser live zu action hammer geil ja mann welcome to new town populations und da die zahl dahinter wie viel spieler online sind auf der karte richtig geil ja das ist ja mal krass geil alter jetzt kann man schon fahrzeuge mitnehmen zur abfahrt zone und nicht zur abfahrt zone sondern zur drop zone muss ich die supply drops mitzunehmen ist ja mal richtig geil alter stark gefällt mir schon mal richtig nice wir schauen mal weiter rein ich bin schon richtig hype drauf ja was krasser schuss alter ernsthaft wie geil ist das denn zombies hammer alter leute das ist ja wohl mal hammer geil jetzt schon zombies mit dabei ja das auf blackout karten wie geil ist das denn ich stelle mir das so vor man kriegt die so als vorratslieferung als perk so gesehen oder als punkte serie und die zombies kannst du da fett auf die gegner loslassen ist ja mal richtig geil alter wir schauen mal weiter rein ja krass geil ja leute das war es auch schon mit dem reaction video aber eine sache noch ich habe es mir auf jeden fall vorbestellt richtig hammer game mit einer der besten call of duties würde ich mal sagen allein schon durch den blackout modus also ich bin richtig gehypt und ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da abonniere nicht vergessen ist natürlich kostenlos und das beste ab morgen dann offiziell auch erste gameplays zur black ops 4 blackout beta wird geil ich bin raus und wir sehen uns ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal dei Pastor Bis zum nächsten Mal dann Bis zum nächsten Mal.